Das Pro-Seminar ist eine Lehrveranstaltung für Studenten im Grundstudium, die im Allgemeinen mit einer schriftlichen Pro-Seminar-Arbeit abschließt. Anders als im Falle der Vorlesung oder eines Hauptseminars muss der Dozent hierbei nicht promoviert sein. Es reicht hingegen in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Inhaltlich steht eine Vertiefung von Lerninhalten im Mittelpunkt, zum Beispiel durch Erschließung wissenschaftlicher Literatur. Es wird eine aktive Teilnahme vorausgesetzt. Im Fokus stehen gemeinsame Diskussionen oder das Einzelstudium der Literatur. Meist werden zum Bestehen des Pro-Seminars von den Studenten zusätzlich eine oder mehrere Referatsleistungen und eine erfolgreiche Abschlussklausur oder kurze Hausarbeiten verlangt. Innerhalb der Juristenausbildung nehmen Pro-Seminare hingegen die Rolle an eine Vertiefung in Rechtsgebiete zu ermöglichen, die im Rahmen des Schwerpunkt- und Vertifungstudiums erlernt werden.